Wir stehen mit dir auf, begleiten dich durch den Tag, wir informieren dich, unterhalten dich, vernetzen dich, wir bringen dich zum Lachen, vielleicht auch mal zum Weinen, wir spielen die schönsten Heats, veröffentlichen die unterhaltsamsten Bücher und versorgen dich mit schnellem Internet und höchster Datensicherheit. Wir begleiten dich von Innichen bis zum Reschen, vom Brenner bis nach Salurn. Wir schaffen spannende Arbeitsplätze, sind verlässliche Partner für die heimische Wirtschaft. Wir sind deine Südtiroler Radiosender, deine Verleger, deine IT-Spezialisten von Südtirol und für Südtiroler. Wir tragen gern Verantwortung für meinen, für deinen, für unseren Lebensraum Südtirol.